Warum sollten wir Eltern werden? Das fragte ich vor vielen Jahren mal meine Mutter. Damals war ich noch sehr auf meine Karriere fokussiert und dachte echt, what's in it for me, man steckt doch nur zurück, oder? Und sie gab mir eine Antwort, die ich nie vergessen habe. Sie sagte, weil es auf einmal wieder wichtig ist, wie viele Punkte ein Marienkäfer hat. Wir bekommen die einzigartige Chance durch Kinder, unser ganzes Leben noch einmal zu erleben. Aus Kinderaugen. Das ist ein großes Geschenk. Wie recht sie doch hatte. Das wurde mir erst so richtig klar, als ich Jahre später selber Mami wurde. Wie oft rennen wir doch von A nach B, hetzen von einem Termin zum nächsten, gerade wenn wir auch berufstätig sind und verpassen vielleicht genau solche kleinen Momente, solche bewussten Marienkäfer-Momente, wie ich sie auch nenne. Ich denke aber, gerade diese Momente haben ganz viel Zauber in sich. Denn da können wir eine Verbundenheit spüren und es kann sogar auch den Stress reduzieren. Ich glaube, Marienkäfer-Momente sind wie ein kleines Erfolgsgeheimnis zu mehr Achtsamkeit und Gelassenheit im Elternalltag. Darüber geht auch mein neues Buch, Gelassen und Agil, dank Kindern. Was geballt ist mit Tipps und so weiter und so fort, also nicht verpassen, wird dieses Jahr erscheinen. Aber auch dieser Podcast hier, die Gesprächsreihe Achtsamkeit für Eltern bei Marienkäfer-Momente, ist aus dieser Inspiration und aus der Geschichte mit dem Marienkäfer entstanden. Im Rahmen dieses Podcasts darf ich mit wunderbaren Menschen sprechen. Aus den Bereichen der Gesundheitsbranche, der Achtsamkeitspraxis, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, sowie auch mit Role Models für Vereinbarkeit aus Arbeit und Familie. Work-Life-Kid-Blending, wie ich es auch gerne nenne. Auch ich selbst kenne es nur zu gut. Es ist nicht immer einfach, alle Bälle in der Luft zu halten. Ich selbst bin Autorin und Coach für Achtsamkeit, Agilität und digitale Transformation. Aber gleichzeitig bin ich von ganzem Herzen leidenschaftliche Mami. Und all das unter einen Hut zu bringen, das kann schon manchmal herausfordernd sein. Und ich glaube, dass es da helfen kann, auch mal die ein oder andere Perspektive zu hören, mal den ein oder anderen Impuls zu bekommen, wie es vielleicht auch andere tun. Und vor allem, dass wir uns daran erinnern, wie wichtig genau diese kleinen, bewussten Momente sind. Diese Marienkäfer-Momente. Wenn du neugierig geworden bist, dann abonniere schon jetzt diesen Podcast, denn er wird bald starten. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und ganz, ganz viele wundervolle Marienkäfer-Momente. Eure Lilian Musik 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 Musik